Hallihallo liebe Leute und willkommen hier von einem Baumstamm und gleich bei den Team Survival Games. Ja, mit Wintercracker und mir. Wir spielen die Team Survival Games, wir hatten auch einen sehr langen Weg vor uns, müsst ihr wissen. Wir haben alles probiert zusammen aufzunehmen, aber nichts hat funktioniert und jetzt sind wir schließlich bei den Team Survival Games angelangt. Wir waren auf dem GOMMA HD Server, da kam Wintercracker erstmal 5 Minuten nicht drauf. Dann waren wir auf dem Timolia Server, da waren irgendwie die 1 gegen 1 PvP Lobbys kaputt und auf dem Bergwerkslabs Server sind irgendwie die Server ganze Zeit abgeschmiert und wir sind aus dem Spiel rausgeflogen. Ja, und jetzt spielen wir die Team Survival Games als Team Mango. Ich mag Mangos. Ja. Wir haben gerade eben schon eine Runde aufgenommen, die häng ich hinten dran. Allerdings bin ich ganz am Anfang gestorben, aber Wintercracker hat überlebt und wie weit Wintercracker gekommen ist, das könnt ihr dann sehen. Laufen wir einfach nach hinten, wo wir gestartet haben. Okay, okay. Ich habe ein Schwert. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir warten einfach erstmal in den Speedbuff. Er lootet die Kiste. Ab in die Ecke mit ihm. Ja, warum? Ach, Mordor, ich habe das falsche Kit genommen. Nein, du kannst keine Äxte werfen. Nee, dafür habe ich mehr Leben. Ich weiß nicht, welches Kit ich habe. Du hast einen Kit? Ich habe nicht meinen Kit. Warte, hier, nimm mal die Hose und die Schuhe. Da. Oder nee, nee, ich habe glaube ich doch das richtige Kit genommen. Am Anfang hat jeder mehr Leben und einen Speedbuff. Ah, okay, okay. Okay, wir haben schon Menschen umgebracht, Wintercracker. Jetzt sind wir auf der Abschussliste, jetzt suchen Kopfgeldjäger nach uns. Wintercracker? Ja. Ah, okay, du lebst. Ich habe gerade gedacht, du wärst tot. Oh, hier ist noch ein Brustpanzer für dich. Ah, perfekt. Hast du eine Waffe? Äh, ja, eine Axt habe ich. Oh, sehr schön. Holz oder Stein? Holz, leider nur. Ach, aber geht trotzdem. In Ordnung. Ja, ja. Es gibt schlechteres. Wintercracker leckt oder ich lecke? Eins und beiden. Oder der Server leckt. Oder der Server leckt. Das ist alles möglich. Okay, noch ein Brustpanzer. Den Helm hast du schon? Ja. Äh, ja. Dann ziehe ich den an. Äh, gehst du nach links und nicht nach rechts? Äh, ja. Dann können wir uns ein bisschen aufteilen. Und mehr looten. Und hier steht ein Kuchen. Oh, lecker. Aber mehr nicht. Okay, jetzt habe ich auch noch eine große. Wir müssen doch mal eine bessere Waffe finden, Wintercracker. Oh, ich habe eine Steinachst. Oh, ich habe Goldschuhe. Oh, ich habe eine Angel. Perfekt. Oh, ich habe auch eine Steine. Okay. Ist hier oben noch was? Oh, hier oben ist ein Verzauberungsstisch, Wintercracker. Ich verzauber mal meinen Schmerz auf Smite und Knockback. Perfekt. Ach, ich habe gar keine Erfahrung. Ich kann deins auch verzaubern, wenn du hochkommst. Oder ich denn schon. Also hier hoch, Wintercracker. Ah, okay. Oh, du läckst echt arg. Ach man, ich verstehe gar nicht, warum. Äh, ach so. Ach so, ich weiß nicht. Gibt es auf Äxte überhaupt Sharpness? Oh, gute Frage. Nee, aber jetzt kannst du besser Holz fällen. Perfekt. Meine Achse ist besser als das Schwert. Weil ich das Achse-Kit habe. Und ihr müsst jetzt nicht in den Kommentaren schreiben, aber eine Steinachse ist schlechter als ein Holzschwert. Auf dem Server hier schon. Ach so, ist es besser. Ach, jetzt habe ich mich versprochen. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt peinlich, Wintercracker. Ich glaube, wir können das nicht weiter aufnehmen. Jetzt ist es vorbei. Ach man. Noch eine Aufnahme weg. Ja, richtig. Naja. Bei uns geht nichts verloren. Es wird alles recycelt. Oh, da ist ein Spieler. Auf ihn. Oh, ich bin grad... Egal. Okay. Hab ihn. Perfekt. GG, Mauderle. GG. Oh, jetzt habe ich wieder ein Level. Aber ich habe den Kill bekommen. Und ein Steinschwert habe ich auch bekommen. Oh, guck mal. Nur das Team Dream und wir sind zu zweit. Die anderen nicht. Oh, perfekt. Aber, naja. Das Dream Team ist schon eine ganz schöne Bühne. Ja, richtig. Das hat uns schon mal ausgelöscht, oder? Gerade eben waren wir nämlich das Dream Team, aber ich bin direkt am Anfang gestorben. Ja, wollen wir dann einfach Richtung Mitte? Ja, können wir probieren. Warte, dann nehmen wir einfach einen Rückweg. Den kennen wir ja. Sonst verirren wir uns mit der Cracker. Offenlich. Oh, Supply Drop. Ich glaube, die lohnt sich so überhaupt nicht, weil man so ewig nach denen suchen muss. Wo müssen wir sein? Warte, wir müssen da hin. 970 war es. Heißt da hoch. Und dann? T. Dann 700. Das ist in die Richtung? Ja. Okay, also müssen wir hier so diagonal. Okay. Und jetzt? Darüber. Nee, dann laufen wir oben rum. Was los ist hier überhaupt nicht. Dann müssen wir ja durchs Wasser schwimmen. Das dauert ja Ewigkeiten. Ach, wir finden das eh nicht. Wir finden das natürlich. Wintercracker nicht negativ denken. Oh, ich habe noch eine Axt. Wie viele Axt hast du? Äh, eine. Ja gut, dann brauchst du aber noch was zu werfen. Äh, hier. Okay. Also zwei. Und jetzt hast du drei, genau wie ich. Oh, warte, F3. Ja, wir müssen noch ewig weit in die Richtung, da nach hinten. In der Theorie. Meinst du echt, wir kriegen den? Der ist ja noch nicht gelandet. Der kommt ja erst noch. Who's my team? Okay, guck mal. Das ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen. Oh, da vorne, da vorne ist jemand. Wintercracker. Äh, okay. Hm. Oh, ne, aber die kämpfen alle gegeneinander. Wir sind gar nicht kein Team. Den stauchen wir ab. Wintercracker? Ach, ich lag, glaube ich, wieder. Hab ihn? Hatte der irgendwas cooles? Der hatte Rüstung für dich, glaube ich. Der hatte... Nee, Schuhe sind vielleicht besser, ich weiß es nicht. Aber wir müssen zum Supply Drop. Äh, ja, komme. Wo ist der? Was ist der Supply Drop? Ähm, sind wir genau bei den Koordinaten? 970 stimmt, 782. Die Richtung. Ach, da. In der Mitte. Aber dann hat anscheinend jemand gelootet und ist abgehauen. Ah. Dann werden die Kisten in der Mitte gefüllt. Zwei Minuten überlaufen wir halt wieder in die Mitte. Wo kommen wir her? Da oben, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Hm. Das Streamteam macht mir echt Sorgen, Wintercracker. Wir hatten, glaube ich, einen Diamantbrustpanzer. Können wir uns irgendwas craften? Nein. Guck mal, da ist auch ein schwedischer PvP-A drin. Oh. Nein, das ist ein Profi. Da müssen wir Angst haben. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Schau dich um. Wir campen, wir hier. Ja, wir campen. Ich glaube, die Angel. Obwohl, ich glaube, am Punkt zu campen ist gar nicht schlau. Wir campen ein bisschen außerhalb und sneaken dort. Und dann überraschen wir die, falls die Mitte kommen. Oh. In die Mitte. Da wurde jemand getötet. Ah, der ist alleine. Ach. Aber, oh, ein anderes Team ist auch zu zweit. Darf ich mich bevorderlesen? Äh, welches Team denn? Ja, es ist zwei gelbe Namen. Ach, nee, Teams und Klobear sind zusammen Wintercracker. Teams ist bestimmt ein Spieler. Ja. Oh, da kommt wer, da kommt wer. Ach, ich wusste es. Der hat ein Diamantbrustpanzer schnell drauf. Hä? Die Team. Die Team. So eine Lümmel. Ach, Mann. Aber die haben den Nachteil, dass sie sich schlagen können. Ich glaube, die können uns nicht schlagen. Ja. Warte, jetzt. Ach, dann kann ich dich aber auch nicht nach vorne angeln. Doch, angeln geht, glaube ich. Echt? Aber der ist weg. Gehen wir zurück in die Mitte. Die Kisten werden gefüllt. Passt du auf? Ja. Ah, gut. Wir hatten beide Equip, so einzeln, was ganz gut war. Okay, da ist nix. Da ist nix. Pilzsuppe. Und Eier. Leider sind wir nicht in Sky Wars. Noch ne Axt. Ich könnte wenig Nahrung gebrauchen, wenn du welche... Oh, okay. Ja, warte. Oh, ich hab auch nicht so viel. Danke. Ich spiel mal die Hälfte von meinem. Schwert. Ein Goldbahn. Ist echt nicht so krasses Zeug drin. Wintercracker, da wäre noch ne andere Angel. So, mit Angeln kann man sich, glaube ich, wussten. Hast du Pfeile? Ähm, ja, drei Stück. Hm. Oh, da ist einer. Achtung, Achtung. Hab ihn. Okay. Oh, ich hab noch ne Axt geworfen. Nach seinem Tod. Hat er da irgendwas? Äh. Wir dürfen nicht beide in unser Möntar gehen. Da liegt da irgendwas. Der Kompass wäre ganz gut. Warte, wir könnten jetzt den letzten Spieler jagen. 20 Blöcke. Der verbraucht sich hier, der Kompass. Und nicht so häufig benutzen. Ah, okay. Äh. So, okay, wollen wir? Da vorne, da vorne läuft der Spieler. Ja. Der haut ab, aber die Barriere ist zu nah. Der kann nicht weit weg. Außer der Suicide. Da vorne ist er haltet. Oh. Ah, so bin ich auch schon mal gestorben. Okay. Oh, oh. Wintercracker weg hier. Nicht in das Loch. Nicht in das Loch. Oh Gott. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt einfach. Das ist nur noch der Swedish PvP. Da ist er wieder. Mit seinen Diamantrüstung. Schnell. Bist du hinter mir? Okay, ich bin hinter dir. Ja. Okay. Oh Gott. Okay. Okay, den haben wir. Hinter uns. Da vorne ist einer direkt. Eine Diamantaxe. Ja. Perfekt. Haben wir gewonnen? Nee, es lebt noch Diamant. Hast du auch? Ich nehme hier gerade Diamantrüstung. Wo ist der? Ist es der im Loch? Nimm du dir an? Nee, das ist der im Loch. Der ist gerade gestorben. Ja gut. Team Mango hat gewonnen. Ach, ich mag Mangos Wintercracker. Das freut mich. Jetzt seht ihr noch eine Runde, wo ich direkt am Anfang gestorben bin. Wo Wintercracker aber noch weiter gespielt hat. Und dann würde ich sagen, shopp bei Wintercracker vorbei. Auf wintercracker.de oder http. Doppelpunkt slash youtube.de slash wintercracker. Oder auf twitter.de slash wintercracker. Und hier ist Karl, der Creeper. Nein, bei dem habe ich schon den Reward geholt. Vielen Dank fürs zu sehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei den Team Survival Games. Auf dem? Mindplex Server. Mindplex Server. Mit Wintercracker und mir. Wir hatten einen beschwerdlichen Weg vor uns, bevor wir hier bei den Team Survival Games angekommen sind. Wir haben extrem viel versucht zu spielen, aber es hat nie funktioniert. Wir waren erst auf dem GOMA HD Server. Da kam Wintercracker erstmal fünf Minuten nicht auf dem GOMA HD Server. Dann haben wir es geschafft. Und dann konnten wir da das PvP nicht spielen. Hier, das KIT PvP gegeneinander. Sind wir auf dem Team Olios Server gegangen. Aber da waren auch gerade viele Lobbys down und alles war überfüllt. Und dann, äh, wo waren wir dann? Ähm, dann waren wir doch auf dem Bergwerk. Genau, dann waren wir auf dem Bergwerk Lab Server. Und da sind die Server abgeschmiert, wenn wir gespielt haben. Da kann ich am Ende einblenden. Das ist kein Problem. Intercrack? Ja. Okay, da bist du. Brauchst du eine Waffe? Ja, ich habe schon ein Schwert. Ja, warte, dann gebe ich dir noch eine Steinachse. Die ist genauso gut wie ein Steinschwert. Oh, da kommt jemand. Drauf sie! Oh, wir haben unsere Speedbar verloren. Aber, ich glaube, wir kriegen sie noch. Okay, sehr schön. Hinter uns ist noch jemand. Oh, 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 oh. Wintercracker, auf ihn! Auf ihn! Ich wurde weggeschlagen. Ich bin tot. Ist er tot? Ja. Ach. GT, Wintercracker. Gute Runde. Ach, da liege ich am Boden. Oh, ich sollte meinen Skimmel wieder ändern. Den habe ich immer noch. Den wollte ich vor Ewigkeiten wieder ändern. Wo bist du, Wintercracker? Auf der Treppe. Aber du bist bei mir unsichtbar. Existierst du überhaupt? Ich hoffe. Sicher? Nur, Wintercracker. Töte alle in der Mitte. Okay. Recht, mein Tod. Aber das könnte Selbstmord sein. Obwohl, du hast richtig gutes Zeug, oder? Ja, ich habe ein Steinschwert und drei Steinexte. Alter. Die kannst du alle werfen. Hier in der Mitte ist sogar jemand. Hier ist Creepers. Team Creepers, das hier. Warte ich. Ich sollte ja eigentlich nicht ghosten. Der ist rechts abgebogen am Spawn. Aber ich ghoste nicht, okay? Okay. Oh. Ne, links ist er abgebogen. Ich habe mich vertan. So, Wintercracker, Achtung. Da ist... Hier ist meine Äxte. Team Ghost. Und Pau. Oh, wir waren selbst mal Team Ghost, oder? Ja, ja, waren wir einmal. Wintercracker. Am Himmel. Hier sieht man nicht viele Sterne, die ins Wasser fallen. Hinter dir. Oh. Ach. Ach, du weckst ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl gerade. Ach, du kriegst den. Los. Oh. Ja. Willst du ja, dann ghoste ich nicht. Äh. Bin echt gut equipped. Oh. Hast du auch volles Leben? Äh, nö. Achso. Aber das weht schon, oder? Ja. Achso, ich kann eine bessere Rüstung. Äh. Äh. Kette war... Besser als Leder. War besser als Gold. Nee, ich habe ein... Ich habe ein... Goldhelm und Kettenhelms sind genau gleich gut. Achso. Achso, das ist kein Unterschied. Los, Cracker. Los, Cracker. Da vorne. Auf den Bäumen ist ein Vogel. Oh, das ist aber ein komischer Vogel mit Eisenrüstung. Ach. Das ist kein Problem. Der hat nur einen Holzschwert. Achso, der hat nur einen Holzschwert mit halbem Leben. Pass auf, den Hund auf. Der ist nur hinter dir, also wenn du immer weiter brennst. Alter, Wintercracker. Der wollte mich gar nicht angreifen. Der war freundlich, aber ich habe ihn getötet. Das heißt, so eine Eisenrüstung. Ja. Ja, gut, doch. Bisschen gutes Zeug. Oh, und hier hinten liegt eine Waffe. In der Ecke. Beim Haus. Hä? Wo liegt die Waffe? Links neben dem Haus. Wo? Gott. Die kann man doch essen. Naja, ich weiß nicht, Modalu. Ach, die lag im Dreck. Ja, vor allem, wenn deine Waffen anfangen, Gesichter zu bekommen, dann... Sollte man die echt nicht mehr nehmen. Oh, Supply Drop. Wintercracker, Supply Drop. Da musst du zuschlagen eigentlich. Warte, ich schau mal. Wo ist denn das? Ach, das ist so nervig mit den Koordinaten. Ja, ja. Oh, warst du das? Habe ich jetzt einen anderen Spieler gesehen. Warte, welche Richtung? Ach, in die Richtung. Aber in drei Minuten werden auch eh die Kisten aufgefüllt, dann gehe ich lieber in die Mitte. Ja, aber der Supply Drop ist doch davor da. Das kannst du beides machen. Wintercracker ist ja nicht so bescheiden und... In beides. Und wenn du da weiter in Richtung Kisten läufst, das ist ein ganzes Team. Da hast du die Chance, nochmal abzustauben. Ja, ja. Also, nicht wenn du zum Hafen gehst, sondern jetzt zurück, dann sind sie direkt vor dir. Oh, Halli, hallo. Hallo? Oh, der hat sich weggestammt. Oh, Wintercracker, du deckst ein bisschen. Ja, ja. Oh, da schreibt dir jemand im Chat, you noob, aber ich glaube, er meint nicht dich. Doch, doch, ich glaube, der meint mich. Und, hast du ihn besiegt? Ja, hab den einen, aber ich glaube, der andere killt mich, vor allem wenn er unter mir. Dann lass dich wieder absinken. Lass dich absinken. Stimmt. Guter Plan. Oh, nee, der macht die gleiche Taktik. Ja, aber er hat sie verkackt. Er schafft das nicht. Und da... Oh. Ertrinkst du vielleicht gleich? Ja. Der angelt mich. Oh, nee. Oh, guck mal. Das ist beide bekommen. So, was ist denn da cooles Zeug unten? Lohnt sich denn überhaupt was? Nee, hat nix. Da ist ein Bogen mit der Cracker und ne Pilzsuppe. Die Pilzsuppe, ähm, gibt dir direkten Regenerations-Effekt. Oh. Auf dem Server hier. Ähm. Ne Angel. Das Stream-Team hat vielleicht doch noch Chancen. Guck mal, vor allem. Es leben nur noch einzelne Leute. Es lebt kein ganzes Team mehr. Ähm. Oh. Mit der Cracker, du... Ja, ja, was... Passiert. Äh. Warte, was soll ich... Ach genau, die Pilzsuppe wollte ich. Okay. Puh. Oh, Deathmatch in 15 Sekunden bist du bis dahin voll? Ja, ich bin schon voll. Ach dann. Du hast sogar echt gute Chancen. Hast du genügend Exe zum Werfen? Äh, naja, geht. Ja. Oh, ich hätte mir ein Diamantschwert craften können, wenn ich noch. Ja, in der Mitte ist kein Crafting-Table hier auf dem Server. Ach so. Oh, du stehst echt nicht so gut, muss man einfach sagen. Ja, ja. Lauf einfach ein bisschen zurück. Einfach rückwärts. Ah, jetzt bin ich nach oben gelaufen. Ach, ist egal. Ja, nach oben, genau. Hä? Okay, ich leck gerade echt ein bisschen. Ja, ein bisschen arg. Oh. Winter. Hallo? Ich hab nicht... Ah, nee. Du leckst erst richtig. Ja. Ach, Mann. Du leckst die Gegner, glaube ich, einfach nur tot. Ach, Mann. Das ist meine Taktik, oder? Ach, ich merk schon. Los. Jetzt lecken ein. Ach, Mann, das ist unfassbar. Aber die Gegner lecken teilweise auch, so wie das aussieht. Ich glaube, der ganze Server leckt. Vielleicht leckt auch der Server, ja. Äh, eigentlich dürfte man... Hallo? Oh, Gott. Okay, den hab ich totgeleckt. Oh, oh. Oh. Ach, Mann. Ach, aber... Aber... Du hast dich echt gut geschlagen mit der Cracker. Wie viele Leute hast du umgebracht in dem Spiel? Sieben Leute? Naja, beinahe. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's mit den Team Survival Games. Und... Ach, Mann. Bis später. Da hab ich viel gespielt. Bis später. Bis später.